hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bastelvideo seit einer halben ewigkeit jetzt ist meine bodensatz leider nicht weil ich beschlossen habe da zu filmen aber ich könnte auch darunter das handy setzen das ist für wenigstens ein bisschen die malkiste und so ich habe mir aber was im kopf überall hundehaare überall hundehaare ich versuche das nicht also ich merke ich bin aufgeregt ich versuche das nicht allzu lange machen das bastelvideo nur zehn minuten weil sonst habe ich probleme es hochzuladen ok überall sind diese hundehaare überall ich hab da ein weißes papier und diese buchstaben und wo ist der kleber und einen vollen kleber zum allerersten mal habe ich ein vollen kleber im bastelvideo und ich weiß nicht ob ich meinen namen darauf finde weil ich habe nicht lange aber jetzt nicht ja ja ich habe erst angefangen ich habe noch nicht mal irgendwas geklebt ich habe noch nicht einmal irgendwas geklebt glaubst du ich bin mir den namen daraus oder ist das zu viel buchstaben ich suche nämlich meinen namen daraus ich glaube ich habe zu viele aus mein elftes bastelvideos seit langer zeit ich habe nie irgendwie lust gehabt ein bastelvideo zu machen ich habe noch nicht so lange langen namen ich habe so einen langen namen ich habe so einen langen namen N N N A Boah, ich glaub das ist ein Z Hauptsache, das sieht aus wie ein N Ich hab nur ein A Wenn der jetzt kein A mehr ist Das kann ziehen wie ein Arsch Nein, ich kann es auch aufzeichnen X X N Nein, das ist ein N Ich glaube Es gibt kein A mehr Ich blieb vielleicht, haben sie gesehen Ich kann dir ein A basteln Haben wir eine V Kann ich kurz eine Schere haben Okay Jetzt muss ich ein I zerschneiden Ich hab eh nur Einen I Namen Oder welche Welchen Buchstaben brauchen wir nicht dadurch Da wäre sie Y Aber Y macht ja kein Sehen Das kann ich dann so dahin bicken Und wenn es auch was stimmt Ich bin grad in den Rostestoff hingegangen In der Stadt Das war Warum? Der ist die ganze Zickzack laufen Überall diese Hundehaare Ich hab heute schon mit ihm gespielt Der ist echt anstrengend Manchmal Das ist eigentlich fast immer anstrengend Ja Die Lüge zu der Herd oben Das ist egal Ja Ich mach jetzt den hell und mach jetzt den dunkel Die sieht der aber nicht Aber ich zeig dir wie am Schluss Und dann gibt es den Kleber Der ist zwar jetzt nicht flüssig Und ich hoffe den brauchen wir nicht mehr zu Und irgendwas ankleben Ja Jaja Ich glaub den brauch ich nicht mehr Ich bin froh was ich ähnliches in den Basteln wie du drehen kann Mit einem vollen Kleber Ich hab nie Ich bin erstens fast wieder voll reife für Einfall Das ich muss Warte ich kann aber jetzt mal anfangen In die Buchstaben drauf zu kleben Ja ganz gut Ich lasse mal den Kleber Naja ob sie 10 Minuten werden werde ich nicht Ich hab immer so Probleme Ich glaub bin hochladen Und mein Handy hat sich gestern Ich hab dann in einer Nacht nicht mehr ins WLAN reingelockt Und da hab ich ein Problem gehabt Geht das auch? Ja das geht schon Hauptsache ich hab den A Ich hab den jetzt so ein bisschen ausgeladen Das warst du mal mit mir Also dann könnte ich das jetzt ein bisschen mehr zu machen Weil dann hättest du ein bisschen ablicht Wegen am Fenster Ja eh wegen am Fenster Ich kann nicht reden weil es so dunkel ist draußen Magst du auch Magst du auch Magst du auch Magst du ein Blatt Blatt Blitzding oder keine Ahnung was ist es Oder ein Schlunfding oder ein Klebs oder gar nichts Gar nichts Gar nichts ich bin Wird eh hinter mir Aber ich weiß nicht ob sich der Name so ausgeht Dann 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 eigentlich ist es ungesund nach den zähnen putzen naschen wo ist mein strohhal? hast du wirklich gerade den strohhalm verloren? ja das ist mein komisches bastelvideo irgendwann aber ich bin froh, dass ich es überhaupt machen kann in welchem bastelvideo von mir hast du nicht drinnen? den fünften hast du komplett mitgemacht oder den vierten ich glaub das hätte noch zehn jahre gedauert, wenn ich jetzt nicht den namen ausbruch hätte das hätte ewig gedauert ich habe mich beschlossen, ich sage jetzt nicht wie lang das wird weil das ist dann eh viel zu lang ich lasse einfach mal klebe dann noch ein paar sterne in das das wollte ich eh machen k a c h ah ok mein name weiß mich so lang ja, ich habe beide einen unlangen namen ich habe einen neuen Buchstang da, nie, e, la du hast ja nur ein a 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 da, nie, da, nie, e, la ich habe zwei hast du doch schon mal gehört alle es ist so, was haben wir gesagt alle Menschen, die einen Namen haben, sind irgendwie nett oder so ups oder du hast irgendwas auch mal gesagt wenn ich was das heißen soll oder was das auch bedeuten soll ich glaube, ich bin ja fertig mit dem Essen ich glaube, ich bin ja fertig mit dem Essen ich glaube, ich bin ja fertig mit dem Essen es gibt ja, Papa hat gerade den Kartoffelsack okay es hat meine Rumtour gemacht habe ich nicht erst meine Rumtour gemacht das war so gut da war alles anders ich bin ja komplett da rum nicht nur vom Zimmer, sondern auch Küche ich bin ja gerade immer gesungen ja, aber sie können ja nicht filmen wenn der Papa irgendwo ist oder die Mama das geht sich aus ich habe jetzt keinen flüssigen Kleber aber ich bin einfach froh dass ich jetzt diesen Kleber habe ich habe in irgendeinem Infovideo gesagt 2016 glaube ich oder so habe ich gesagt ich mache im Gezember Bastelvideos was ich eigentlich total vergessen kann weil man sieht nichts weil es einfach zu dunkel ist ja ich freue mich so auf den Fenner ja ich bin wie macht's jetzt wirkt ihr dann jetzt nicht im Sommer geboren ich auch nicht aber ich bin ja du bist noch nicht mal in den Spätsommer geboren ich habe gerade Dachgernis ausgangen wie wirt nein weil manchmal spiel ich das rum dann kommt die Werbung nirgendwo und dann ist das ganze Video gestoppt Ich habe meinen Namen. Ich wollte gerade zeigen, ich habe den Strohham, aber ich habe den Strohham in den Mist geschmissen. Das macht Mama von gestern. Ist mir jetzt egal. Hauptsache... Oh mein Gott. Ich bin schon wieder so dunkel. Das ist so schön, wir haben minus 2 Grad und es scheint so schön die Sonne. Sieht man sich im Hintergrund? Nein, nicht ganz. Ich habe endlich eine Idee gehabt für ein Bastelvideo, wenn ich immer gedacht habe, was mache ich, was mache ich. Und dann habe ich es vergessen. Ich habe sogar versprochen, dass ich am Freitag, Samstag oder Sonntag ein Bastelvideo mache. Und ich habe mein Versprechen seit langem wirklich gehalten. Okay, schon langsam komme ich rein. Schon langsam schaffe ich es auch, mein Versprechen zu halten. Ich habe den Rieger auf die Möbel angegangen. Das ist der Rocky. Was? Ja, aber guck mal. Das wäre Rocky. Aber das passt nicht zu dem Riesenhund Rocky. Ich bin jetzt nicht. Vielleicht schaut sie so groß aus. So ein Rocky. Ich glaube, die Mama ist gerade Montag geworden. Nicht, dass sie jetzt reinkommt und mein Video sieht. Bleib da. Warte mal, ich muss kurz stoppen. Okay. Okay. Ja, mach einen Werbung. Wollen wir auf Musical.ly? Ich heiße deine Tutorial. Ich habe einen Mund. Eine Musical.ly? Ja. Wahrscheinlich ist es jetzt so Copyright. Fuck. Hoffentlich wird das Video nicht gespannt. Ja, ich glaube nicht, dass dieser User das sehen wird. Nein. Weil... Ich habe gar keine Reichweite eigentlich, wenn man das so sagen soll. Ja. Gar nichts. Eigentlich... Kann man sagen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt neun Abonnenten gehabt vor zwei Jahren. Echt? Mhm. Ich mache im Juni. Nämlich zwei Jahre YouTube. Okay, das reicht jetzt auch mit dem Aufkleben. Ah. Ich habe vorher gestoppt, weil Papa reingekommen ist und die Heizung. Und sonst zahlt der Tiffany nur hin. Da ist jetzt das. Was? Den ganzen Zucker. Ja. Ich habe sogar schon mal ein reines Musikvideos gemacht. Das ist gesperrt. Ich habe jetzt den ganzen Dach. Ich habe noch nicht reserve増aufen. Ich weiß nicht, aber da bin ich nochµ- das hat jetzt wenigstens jetzt وا neun». Ah nei. Ich bin da drin. Es habe noch gemerkt, dass du auch mal was jao lebt hast. Ja. Und ich sage Tschüss.